Musik Er ist ein sehr, nicht mehr zu schön, Ned ist die Fels, der Bord war es echt schön. Doch der Welt ist gehofft, in der Liebe, Bord war es, nur ein Tor. Bord, wenn die Hände die Hände, die Hände, die Bord war es schön, der Bord am Geholfen, der Bord war es, nicht so schön. Die Bord in Glocken werden die Bord, die Bord war es, nur ein Tor. Der Oberküchstück kommt die Welt so weit wie alt. Wir werden vergessen, lieber Gäste, wir sind die Welt vom Wort versessen. Doch wir sind nicht froh, dass uns fahrt. Wir werden lieber froh, dass uns fahrt. Ich weiß, egal. Wir sind da, die Meisterschaft. Der Opa war besoffen und die Oma war gestafft. Trinkt die Jäle noch raus, der Tänze nicht hinaus. Wo wir auf den Gunkel und wo geht dann nach Haus? Wir werden vergessen, wir sind die Welt vom Wort versessen. Und der Ähnlich oder Tod, wir lieben Brot, mein Tod. Das wusste mal geschehen, Opa Lusches Kost, die musste einmal von uns treten. Wo wir angekommen, da geht es ziemlich flott. Wir sangen mit den Engeln und mit den lieben Gott. Wir werden Gäste nie vergessen, wir sind die Welt vom Wort versessen. Und der Ähnlich oder Tod, wir lieben Brot, mein Tod. Kärle in der Kiste, was ist denn heute hier los? 16.500 im Einbereich. Und damit sehen wir heute Ausverkauf. Und damit ein herzliches Willkommen bei den besten, bei den lautesten Fans der Liga. Herzlich willkommen beim Ballungssteiger. Schöne Grüße und vielen Dank auch mal noch Riedenbrücken. und herzlichen Grüße an unseren Interimstrainer, die es geschafft hat, unsere Mannschaft so richtig heiß anzuschneiden und die Zwiebeln, ja, die eigene Zwiebel festhören zu lassen. Mit Drehchen. Und damit... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin echt einfach begeistert und heute gehen wir richtig gut hin. Ich habe gehört, die Stauderbrauerei hat 20.000 Liter Bier hier angeklagt. Und ich weiß ganz genau, was er ist da auf sicherer Quelle. Leon Engström spielt heute nicht. Ich habe es gerade schon erwähnt, wir haben einen Interimstrainer. Und der, der hat mir gerade die Aufstellung gegeben und ich will es nicht mehr abwarten. Wir machen jetzt hier die Aufstellung, wir machen diese laut. dass sie das bis Münzen hören und da ihre scheiß Gänsepelle kriegen von euch. Heute, alle hinter RB. Die Aufstellung hat mir reingereicht. Und der offizielle Thema heute, das ist Glas. Im Tor mit der Nummer 1, 22. Jakob. Mit der Nummer 3, Felix. Mit der Nummer 4, Felix. Mit der Nummer 7, Luka. Mit der Nummer 8, Sanerik. Mit der Nummer 11, Simon. Mit der Nummer 14, unser Kapitano. Das ist Daniel. Mit der Nummer 21, Sandro. Mit der Nummer 3, Mr. Isaya. Mit der Nummer 31, Mr. Isaya. mit der Nummer 1, Sto. Und der Nummer 3, DFAT. Die Nummer 31 преifelte every GPA. Luka 21, Matt Sto. Das war's für heute. ... ... ... ... ... ... An der Haftstraße An der Hafenstraße, R.W., 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 Rot und Preis sind deine Fragen, du, mein R.W. Wohin geh noch nie allein, sollte die sich gut verstehen? An der Hafenstraße, R.W. Lang den Spieler feiern wir, Rot und Preis essen, wir sind hier. An der Hafenstraße, R.W. R.W., 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 R.W. Rot und Preis sind deine Fragen, du, mein R.W. R.W., 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 R.W. 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 Oh, 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 oh. Na, WC, mein Großes Teinbarkeit. Ja, und Magnet, siehst du, wo ich an. In wenigen Augenblickungen erfolgt der Anfeuer